so wir sind hier zurück ich hoffe es funktioniert jetzt ich habe leichte verbindungsprobleme ich habe bis jetzt keine aufnahme gemacht weil ich schon gedacht habe ich kann gleich wieder abdrehen so was wir hier tun ist ganz einfach ich habe mir jetzt auch einen großen beinwagen sammelwagen geholt den fahren wir dann gleich was ich jetzt hier tue ist mal in die beine reinfahren und den nicht mitnehmen man sieht es ist leicht verzögert alles und ich lenke jetzt leicht nach links das ist ganz verzögert aber gut müssen wir schaffen schaffen wir so auch ballen die holen wir uns der eine helfer tut schon gruben ich kümmere mich hier ums anfang der ball alles so verzögert ich hoffe es wird jetzt dann besser mal mühsam da wieder schon blockiert so da sind wir voll es tut mir leid aber es ruckelt mir zu sehr ich muss das abkürzen sonst ich mache mich das wahnsinnig ich wäre es nervös macht mich das der fahrt jetzt einmal zu uns ich habe noch eine silage fahrsilo ich habe noch eine silage fahrsilo ich habe noch eine silage fahrsilo ich habe noch einen nebenher ich habe noch eine silage fahrsilo ich habe noch näher Da sind wir, habe ich mir auch gemietet, wir werden aber jetzt die Sachen nach und nach rauskaufen dann. Ich frage jetzt, wo fangen wir an? Wir haben jetzt nicht alle... Du kannst nicht fahren, das ist ja unglaublich. Da ist noch nicht alles rausgeholt. Das ist wieder eine sehr kraftraubende Folge für mich. Das ist wieder eine sehr kraftraubende Folge für mich. Ich sage es euch, da wird an der Semmsteige noch mal blockiert, weil der Trottel hat nicht den letzten Punkt genommen. Und der erste war dann die Außenbahn. Das habe ich ja mal gesehen. Das ist wieder eine sehr kraftraubende Folge für mich. So. Das ist wieder eine sehr kraftraubende Folge für mich. Das ist wieder eine sehr kraftraubende Folge für mich. Das ist wieder eine sehr kraftraubende Folge für mich. Das ist wieder eine sehr kraftraubende Folge für mich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und alles gezielt ab, perfekt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020